JW Marriott in Bangkok. Dort gibt es ein Steakhouse, das New York Steakhouse. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Steakhouse vor 20 Jahren ein absoluter Hammer und Burner war. Doch in der heutigen Zeit, nach Corona, ist das wirklich kompliziert und schwierig. Ein einfaches, gutes Steak zu bekommen, ist heute nicht mehr so einfach. Obwohl es gerade in Bangkok doch die eine oder andere Stelle gibt. Wer meine Videos auch bei TikTok oder so verfolgt, der kriegt ja kleine Shorts mit, wo ich mich überall manchmal so rumtummele und vor allen Dingen kleine Highlights finde. Ich sage nur Mandarin Oriental, The Veranda, fantastisch. Aber hier im The New York Steakhouse im JW Marriott, was ja ein US-Unternehmen ist, habe ich gedacht, die Qualität wäre hochwertiger und vor allen Dingen auch im Preissegment. Ich zahle dort für ein Steak 4000 Baht. Das sind also über 130 Euro. Ich finde, dafür hätte die Qualität besser sein müssen. Es war zwar saftig und es war auch heiß und es war in dem Sinne gut gemacht, aber die Sauce Bernays, die da inkludiert war, war kalt. Also mussten sie die Bernays wieder zurückschicken. Der Service insgesamt ist in Ordnung. Die Mitarbeiter sind freundlich und klasse, also da braucht man gar nichts sagen. Aber ich finde, dass diese Köche, und das sind thailändische Köche, da ist der eine schon sehr lange dabei, wahrscheinlich von Anfang an. Er hat nichts dazugelernt, sondern er hat verloren. Denn ich kann mir vorstellen, dass es früher besser war, als es heute ist. Und dass man heute sicherlich kompromissbereit sein muss, auch als Koch, wenn man in solchen Restaurants dann überhaupt noch tätig sein will. Weil es war eben nicht ausgebucht und es war wenig los. Es ist insgesamt wenig los. Da habe ich auch die Kritiken mal so ein bisschen gelesen, wie was andere so geschrieben haben. Und da waren die Dinge genauso, wie ich sie empfunden habe. Es gibt dort sicherlich die Möglichkeit, wenn man Glück hat, ein gutes Steak zu bekommen. Was sehr schön ist, als Ambassador Mary Bonvoy Member bekommt man nochmal 10% Rabatt. Das war nochmal nett. Da hat man nochmal das Gläschen Wein umsonst. The New York Steakhouse hier im JW Marriott in Bangkok hat mich nicht begeistert. Ich würde nicht nochmal hingehen. Und darum gibt es von mir leider ein Novo.